Du hast dein Abi oder einen anderen Abschluss in der Tasche, der dich zu einem Studium an einer Hochschule berechtigt und suchst ein Vollzeitstudium im Zukunftsmarkt Gesundheit? Das Studium Gesundheitsökonomie und Ethik an der Wilhelm-Löhe-Hochschule in Fürth macht dich zum kompetenten Gestalter des Gesundheitswesens von morgen. Das Besondere in unserem Studiengang? Hier wirst du zum Gesundheitsexperten ausgebildet, der in seinen Entscheidungen Wirtschafts- und Wertefragen zusammenbringt. Aber warum ist es überhaupt so wichtig, Gesundheitsökonomie und Ethik zusammenzubringen? Dazu zwei Beispiele. Organtransplantationen können Leben retten. Doch was ist gerecht bei der Verteilung der knappen Organe? Sollen jüngere Menschen dabei bevorzugt werden? Oder gibt es andere ethische Argumente? Unsere Gesellschaft wird immer älter. Ist es vertretbar, Pflegeroboter einzusetzen, um den wachsenden Pflegebedarf abdecken zu können? Wenn man nur die Zahlen betrachtet, ist es sicherlich wirtschaftlicher. Aber ist es auch menschenwürdig? Du siehst, unser Gesundheitswesen braucht kluge und kreative Köpfe, die die Folgen wirtschaftlicher Entscheidungen richtig einschätzen können und mit ethischen Aspekten in Einklang bringen. Studiere Gesundheitsökonomie und Ethik an der Wilhelm-Löhe-Hochschule und werde Experte für Wirtschaft und Werte im Gesundheitswesen. Detaillierte Informationen rund ums Studium an der Wilhelm-Löhe-Hochschule findest du auf unserer Website. Untertitelung des ZDF für funk, 2017